Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Sehr, sehr gerne, vor allem unter solchen Projekten hier, weil ich es liebe, andere Meinungen zu lesen, wie ihr das ganze Geschehen hier aufnehmt und da habe ich eine kleine Bitte von euch und zwar das Thema Spoiler. Ich habe im letzten Part gesagt, jo, also es gab vor zwei Parts mal eine Entscheidung, wo einige gesagt haben, jo, David, Kackentscheidung und dann habe ich mich dementsprechend so ein bisschen aufgeregt, weil ich so meinte, ja, ist halt meine Entscheidung, so what the fuck, ich habe mich halt dafür entschieden und dann hieß es halt so, ja, ne, David, so, du musst ja alles vom Game sehen, dementsprechend musst du die richtigen Entscheidungen treffen, aber Freunde, so, wenn ich eine falsche, falsche Entscheidung treffe, muss ich dementsprechend auch mit den Konsequenzen leben, weil es gab jetzt eine Entscheidung aus dem letzten Part, wo mir schon gespoilert worden ist, jo, heute passiert scheiße, wo ich mir so denke, ja, geil, danke für die Info. Deswegen, ähm, Freunde, bitte haltet euch ein bisschen zurück, also, ne, ich sag's noch einmal, wenn jetzt, also unter diesem Part nochmal solche Kommentare kommen, werde ich es einfach ignorieren, äh, im nächsten Part, aber Freunde, tu mir den kleinen Gefallen, bitte spoilert mich nicht, ne, also, Also, ich erlebe dieses Game gerade komplett neu und wenn ich eine Entscheidung treffe, wo du lieber Zuschauer denkst, ne, ist nicht gut, dann habe ich die Entscheidung halt getroffen. Im echten Leben hast du auch nicht die Funktion, weil das ist ja so gesehen, also, ich handhabe das hier so, wie ich es im echten Leben handhaben würde, zumindest das meiste, Und im echten Leben kann ich auch nicht sagen, scheiße, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, äh, ja, ne, kacke, jetzt kriege ich ja nicht alles, äh, vom, vom Lebens-DLC-EA mit, Deswegen habt ihr so ein bisschen Verständnis für, das wäre super lieb von euch, von daher, sliden wir rein, denn heute wird irgendwas passieren, wurde ich, äh, ja, wurde ich schon so gesehen, ein bisschen gespoilert, Äh, aufgrund einer Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich sage jetzt nicht, welche Entscheidung, weil ich weiß, es gibt einige, die blind schauen Und ich will euer Erlebnis nicht zerstören an der Stelle, von daher, sliden wir gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt und gucken, was uns dort erwartet. Hier, re, go. Okay, ich liebe den Wadebildschirm, den Ladebildschirm. Freunde, wie ist das Wetter bei euch so? Was habt ihr heute gegessen? Ah, geil, da sind wir. Ding, 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 ding. Wow, so viele Bäume. Das ist immer das Geilste. Real Talk. Riesige Kokoons. Riesige Kokoons. True, true. Jetzt, wo er es sagt, ich kann es schon nachvollziehen. Okay, was geht bei euch so? Also, ich würde auf jeden Fall den hier vorne nehmen, der ist echt gut. Die Nadelbreite ist in Ordnung, ich habe extra den Durchmesser gemessen. So, wir werden jetzt mit richtig vielen Leuten reden, um sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf eine Plastiktanne. Why not? Sorry, man. Hi. Ach, das ist hier ein Plastiktannenverkäufer. Das kenne ich tatsächlich nicht. Der Baumverpacker. Ich will irgendwann auch in so einen Baumverpacker reingestickt werden. Hahaha, die riesige Kondommaschine. So viel zum Thema. Künstlicher Schneemann. Ja, das Ding ist schon minimal gruselig. Muss man mal sagen, an der Stelle, ne? Hallo, Holdemite, was geht bei Ihnen so? Diesen Weihnachtsbaum kann ich definitiv empfehlen. Das frage ich mich auch jedes Jahr, als ob so viele Weihnachtsbäume verkauft werden. Verkauft werden. Ja, das wäre interessant zu wissen. Also da müsste ich mir mal so paar Daten im Internet irgendwie durchlesen. Wie viele Weihnachtsbäume werden pro Jahr verkauft? Boah, ich weiß noch, als Kind habe ich mir auch irgendwann mal aus dem Spielzeugladen meines Vertrauens ein... Äh, warte, was soll ich machen? Äh, ein Weihnachtsgeschenk für Daniel finden. Nächstes Ziel. Äh, ja, da habe ich früher vermutlich das Beste, was wir in dem alten Haus gefunden haben. Wir haben neue Klamotten hier. Claire kann echt gut zeichnen. Vielleicht kann sie mir ein paar Tipps geben. Na, als Kind habe ich mir auch mal so ein Jojo gekauft. Und es gab damals so ein paar Jojo-Tricks. Ähm, und zwar konnte man, wenn man mit Gefühl, da musste man so ein bestimmtes Gefühl entwickeln, so dass Jojo so runterlässt, äh, wurde zum Mechanismus in diesem Jojo getriggert, dass der Jojo unten bleibt und sich dreht und dann konnte man den so wieder hochziehen. Das war voll geil, ich habe Jojos geliebt. Ich hatte damals, glaube ich, zwei Stück. Ich will mir eigentlich wieder mal ein Jojo kaufen. Ich glaube, das mache ich die Tage, wenn ich dran denken sollte. Ich versuche dran zu denken, mir ein Jojo zu kaufen. Das wäre cool. Und ich weiß auch, als kleines Kind, ich war so ultra hardcore nervig. Ich habe das nie hinbekommen, diesen Trick. Ich habe es nicht geglaubt. Also bin ich immer wieder zu diesem Ladenbesitzer hingegangen als kleiner Bube damals und wollte, dass der Ladenbesitzer mir zeigt, wie man da diesen Kack-Trick mit diesem Jojo hinbekommt. Und er hat es mir jedes Mal gezeigt und irgendwann war er echt abgefuckt, weil das voll der stressige Tag war. Boah, das war, äh, unangenehm. Das war richtig unangenehm. Ich wollte ihn gar nicht so abfucken, aber als Kleinkind wollte ich auch nur meinen Jojo-Trick hinbekommen. Klar, man gewöhnt sich an alles. Und irgendwann nach 10, 20 Jahren geht es wieder in die Großstadt. 10 Dollar. Also kann man die kaufen? Hi. Hi. Ja, Baba, ne? Ansehen. Funny how all small towns always sell the same handcrafted crap. Ja, aber das hat so swag, ne? Hey. Hi. Good morning, young man. It's nice to see a new face in this old town. Thanks. It's a super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? Oh, the Ericssons, the Ray Knowles. Ah, in a motel. We're just passing through, so, uh, at a motel. Well, I saw you speaking with Charles, so I thought... Mein Onkel, nicht verwandt. Oh, we're not related. My brother Daniel's friends with Chris. Gotcha. I like his son. Funny little guy. Despite everything. Anyway, welcome to Beaver Creek. If you need anything, just holler. Okidoki, Artischoki. Holy shit. Okay, das sind viele Schilder. Gut, äh, dann wollen wir mal ein Geschenk kaufen, oder? Boah, äh, ich hab erstmal Siezener Bär gelesen. Schneemann Holzbiber. Okay. Boah, okay, die Größe. Oh man, wir haben nur noch vier verkackte Dollar. Oh nein. Haben Sie einen Cent für mich? 97 Cent, pardon. Äh, it's weird to have all this food around after a month of ravioli diet. Hehehehe, glaub ich. Ravioli geht doch immer für Glühwein. I miss Dad's Christmas at all. Was ist denn der Toll? Oh, altes Spielzeug. Können wir uns da bedienen? I think Daniel has enough broken toys. Hm. Also. Wo besorgen wir jetzt einen ganzen Dollar? Naja, du hast schon recht. Was steht hier? Will eat for food? Sängerin Papierteller. Geld geben. Erstmal ansehen? Sie sieht so aus dem Platz hier. Cool. True, ne? Hat so einen ganz anderen Vibe. Hi. Hey. It's me. It's me. You've come to take. My duality. Wakes. From midnight time. I could not see If I were you Were you Were me We played The game Of skillful ends And so I asked For your demands Give me Your love Give me your gun And he chased us back To where we've gone Strong So the morning came And swept the night away I was open for a while Aber lass mal einen Dollar da Kann ich noch mehr da lassen? Geld geben I'm not much, but She probably needs more than me right now Okay Mal gucken Gesicht im Loch Ausschnitt Wow The guy who painted that Must have been seriously high Ja, why not Wenn man hier so rumtrudelt Okay Ich glaub, wir haben uns gut umgesehen, nicht wahr? Aber wo finden wir jetzt ein gutes Geschenk? Was geht, Maestro? Hey Hey, Sean What's up? Just Wanted to thank you for bringing us out here Hey, no problem I hope you'll find what you're looking for It's kind of a tiny place It's perfect Don't worry Good luck with that tree Yeah, I sure need it It's not an easy task with this guy Come get me when you're done I will Alright So Hallo, old lady Wie geht's Ihnen so? Hi, Kleiner Betonziegel Okay Better find a gift for Daniel quick Looks like someone went nuts over these blocks Ja, aber was mach ich mit 3 Dollar? Ich hab nicht genug Geld Ich find kein Geschenk Haben Sie ein bisschen Kleingeld für mich? So, das ist mein einziges Ziel jetzt grad Ein Weihnachtsgeschenk zu finden Na, verdammte Kacke Ähm Kann ich hier einfach hinter? Den Verkäufer kann ich mir nur angucken, ne? Der hier ist cool Er backt so ein bisschen Alter, er macht den Michael Jackson Hihihihi Okay, äh Ja man, jetzt brauchen wir sogar 2 Dollar Das ist das einzige Geschenk da 5 Dollar ist der niedrigste Preis Ein Geschenk Ein Jojo Achso Verdammt Oh nein Ich hab aus der Spendenbox geklaut Ja, du kannst das Jojo spenden, Meister Ja, verdammte Kacke Tisch Oh, hinsetzen und zahlen Chris macht wieder den Michael Jackson Move Oh man, ich hab die Spendenbox beklaut Das ist ärgerlich Ja, aber was willst du machen? Ich hätt gern was gekauft Aber ich hab der Holden Mai Noch einen Dollar gegeben Cool Ich denke, ich bin bereit Der Verkäufer Es sei denn, er gibt mir irgendwie einen Rabatt Der Verkäufer So, dann malen wir hier mal wieder eine ganze Doppelseite Fool Auf ganz süßer Basis Let's go Wieder ein bisschen nach oben gucken Hallo Ah Bingo Ich musste nur ein bisschen nach oben schauen Für den Untergrund So Präg's dir ein Ich finde das ist ultra krass Wenn man halt wirklich sich irgendwas anguckt Und das 1 zu 1 nachzeichnen kann Ähm Ich frie mir den Arsch ab Boah, ich wünsche, ich könnte dir irgendwie helfen Aber ich muss grad zeichnen Safe Safe call Ich hab mal Ich glaub das war bei Galileo Hab ich mal irgendwie Äh So eine Reportage gesehen Oder so einen Bericht Von jemandem mit einem fotografischen Gedächtnis Der halt mit einem Helikopter über so eine Stadt beispielsweise geflogen ist Und dann wirklich 1 zu 1 Alles Detail Zu Detail Nachzeichnen konnte Das ist schon sehr beeindruckend Also wirklich Wenn du Fotografisches Gedächtnis hast Vor allem Wie bekommt man sowas Also es ist einfach da Das ist so verrückt Okay Bäm Wunderbar Das ist schon sehr beeindruckend Das ist so cool Das ist schon sehr beeindruckend Na, mehr wie das opposite. Du könntest in der Comic-Büste aus den tollen Adventuresen von Captain Spirit und Super-Wolf sein. Pretty rad für Hollywood, Nate. Ja, ich denke, es. Hey, kann man etwas lustig zu deinem Drawing? Funny? Like, was? Ich weiß nicht, etwas cool. Ah, okay. Ein Raumschiff zeichnen. Zombies? Oh, UFO. Ruhmschiff, ein Raumschiff. Ach, jetzt stelle ich mir selber was vor. Okay, got it. Okay, machen wir mal. Geil. Ich hoffe, ich kann, wie du einen Tag schreibe. Ich bin sicher, dass du es wirst. Ja, klar. Das ist immer cool. Zwischendrin, wenn man am Zeichnen ist. Das haben wir hier. Too bad, we can't come and see. Maybe we'll get some leftover pies and eggnog at least. Hoffentlich. Lasst euren Weihnachtsgeist erklingen. Beaver Creek Weihnachtskorps. Yep. Da, wo unsere Großeltern sind. By the way, ich find's mega cool, dass Leute im Hintergrund rumlaufen. Ich würd's gern ein bisschen länger beobachten, um zu gucken, ob vom Spiel aus immer dieselben da rumlaufen. Okay, ich glaube, wir sind durch. Oh, sie spricht uns an. Oh, sie sind für mein littleer Bruder. Du hast dein Bruder's something. Out here. Damn. Poor kid. Sorry. I'm... I'm just a grumpy old gal. Me and my friends have been crashing here for the wait. Nobody... Gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. Mmm, niem leben. No, no way. Just... Here for the holidays. Ah. You got family. My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and... Your friends? Road trip? Uh, not really. We kind of hop from place to place. Hunting for... Little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. It's just time to rest. Upgefahren. Man. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Ha. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Jeez. Jeez. Sean. What are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh. Hi. Who are you? Ooh. Your hair looks so cool. Is it a wig? Uh, well... What do you think? Hmm. I don't know. But it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh. Uh. Sean. I... I thought I told you. Now you did. Sorry. You went through some shit with the guys. How much you make? Yeah. You ready? Hello, pups. Is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? He's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Is he cool-os? She looks really cool. I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah. You always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard hotshot? Hey. No worries. Come on. Let's bail. It was nice meeting you, Sean and... Daniel. Stay out of trouble, kids. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. That doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine. So... You're gonna find our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Come on, mate. Get lights. This is a tube. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. I'm calling the police. Fucking parasites. Why did they fight? I don't know why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. Ha, ha, ha. Hä? Gut sein lassen, streich spielen. Beim Prank bin ich da... Hey, komm, beim Streich bin ich dabei. Let's go. See the snow on that booth? Yeah. What about it? Maybe this guy... needs a shower. You know? To cool him down. You're right. Hold on. Careful. Careful. This will teach him. Der guckt doch perfekt rüber. Nice. Das war ja. Bei sowas bin ich immer dabei. They're pretty. Ich seh jetzt schon wieder die Kommentare. Ah, David, in vier Parts passiert deswegen jetzt was Beschissenes. Das hätt ich besser nicht gemacht. Ha, 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 ha. Okay. Ich glaube, wir sind durch mit dem Weihnachtsmarkt. Äh, hallo? Oh, da bist du ja. Ja, wir sind durch. Wir kommen mit. Hey, you guys ready to go? Yeah. Yes. All done. Cool. Hopp in. Are you having too much fun back there? Yeah. Süß. All right. Back at home. Anscheinend ist nichts passiert. Keiner hat uns irgendwie erkannt. Ende gut. Alles gut. Ein Vorweihnachtswunder. Man munkelt. Keine Ahnung, was hier passiert. By the way, das ist mir letztes erst aufgefallen. Äh, das Game kam, ich glaube, September, Oktober 2018 raus. Und hat dann im Oktober gespielt. Ich weiß nicht, wann das zweite Kapitel hier von raus kam. Aber vielleicht kam das aus so Weihnachten 2018. Dementsprechend passt sich die Zeit hier ja immer mit der realen Zeit von damals an, wann es so raus kam. Wenn ihr versteht, was ich meine. Den Gedanken, der hatte ich letztens. Okay, hoffentlich bekommen wir jetzt keinen Ärger. Es sieht aus, Daniel hat einen neuen Bruder gefunden. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Cassidy? Ähm. Cassidy? Cassidy. Cute name. Erinnert mich an Five Nuts at Freddy's. Do you like her? Sie war cool. Sie war cool. You two quick. Ah, got ya. It's good for me to get out too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife Emily, she died two years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. Oh. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Sie tun ihr Bestes. Ja, es ist eine schwierige Situation. Also, ich finde es cool, dass er sich uns gegenüber öffnet und darüber redet, weil reden über sowas ist halt der Key, um Sachen zu verarbeiten. Deswegen geben wir ihm noch ein positives Gefühl mit. Du machst dein Bestes. Chris ist großartig. Auch wenn er nicht sein Bestes gibt, wenn ich echt abgefuckt war an diesem Minigame. He's got a wonderful imagination. Thanks for saying that. Chris does have talent. He's a storyteller. Yeah. He showed up when I was drawing at the market. He gave me some tips. When I look at you and Daniel, how close you two are, I realize I'm far from being up to the task. Chris deserves a real family. Anyway, I shouldn't have brought this up. Okay, forget it. Meine Großeltern sorgen sich kein Ding. Ja, wie sehr mischt man sich ein? Also, ich finde es kacke, dass er das so sagt. Jo, er verdient eine richtige Familie, weil er lebt jetzt im Hier und Jetzt und Chris ist, keine Ahnung, wie alt ist er, zehn? Wie alt wurde gesagt, ist er? Ich weiß es nicht. Er hat noch genug Zeit, um das alles irgendwie richtig zu drehen. Vor allem da sein Sohn richtig viel Verständnis dafür hat. Kein Ding. Meine Großeltern sorgen sich. Kein Problem. Ich wollte dich nicht so schlecht machen. Wir haben alle unsere Aufs und Aufs, nicht wahr? Richtig. Das ist, wie das Leben funktioniert. Deine Großeltern haben sicher auch ihre Aufs auch. Aber sie sind immer da für uns. Für Chris. Sie sind wie gute Leute. Claire, streng, sie sind nett. Sie sind so nett, aber... Ja. Sie haben ihre Probleme auch. Sorry, dass wir das abbringen. Es ist okay. Ich hoffe, sie werden nicht stressen, weil wir nicht zurückkommen. Ja. Wir sollten dich zwei nach Hause bringen. Nicht warten. Ja. So, danke fürs Fahren, Meister. So, und was passiert jetzt? Okay, nix. Puh. Für einen kurzen Moment dachte ich so, der knallt jetzt vor das Auto oder so. Hallo? Okay, sie sind noch nicht da. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hey? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. Did you know Chris' mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Ach, true. Ich erinnere mich. Wir haben uns ihre Comics reingezogen. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's moms. Ah. Nee. Nee. Sie werden echt ausflippen. Daniel, you heard Claire. They will freak out if they know we want inside. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just... I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess that can get us caught. Oh, bro. Okay. Ja, ich kann ihn ja verstehen. Ich kann es ja verstehen. Okay. Es ist immer nicht abgeschlossen. Ja gut, er hat über eine Telekinesin. Find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. That looks super easy. Yeah. I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead. Alright. Es ist auch eine gute Idee, nicht wahr? Alright. I'm just on a clean up roadway. Yep. Dann gehen wir hier rein, wo wir nicht rein sollten. Let's go. Einmal Nähkopf. Schublade. Freunde, kennt ihr die Spongebob-Folge? Höschenjagd? Ja, ich wollte es gerade sagen. So, Hochzeitsfoto. So stinknormale Hochzeits-Auffits. Ja, in die guten alten Zeiten. Je nachdem, wie man es sieht. Wahre Worte, ne? Einen Weg in Karens Zimmer finden. Jupp, das war mir schon fast klar. Komm schon, kleine Key. Digga, was haben wir? Kleiner Schlüssel wird es wahrscheinlich sein, ne? It's the Holy Bibel. Ja, das fürs Glück, ne? Eindeutig nicht der Richtige. Viel zu klein. Aber ich wollte es gerade sagen. Eine Mischung aus beidem? Und den Schlüssel kann ich auch nicht wieder wegpacken, ne? Ah, schmutz. Geil. Nur vor allem dieses Gebiss. True, ne? Ich hab einen amerikanischen Traum. Das goldene Zeitalter der Einzigartigkeit. Okay. Ein Glück. Ja. Ah, Mann, kacke. Oh Mann, die haben Weihnachtsgeschenke für uns. Das ist gar nicht gut. Wie er wach erhält. Daniel. Du denkst wirklich, dass du diese Tür öffnest, ohne zu viel Dämmung zu machen? Ja. Ich weiß, dass ich nicht... Wir müssen in diesem Haus kommen. Bevor sie zurückkommen. Oh, fuck. Ich kann nicht diesen stupenden Schlüssel finden. Ich weiß nicht, was hier jetzt passieren wird. Ah. Das auf jeden Fall ein bisschen... Nein, Bro, du hast ja alles kaputt gemacht. Ja, das war ihr Zimmer. Oh, die beiden hinterlassen viel zu viele Hinweise. Boah, gute Frage. Sie nahmen alles mit. Sie warfen es weg. Sie ist einfach abgehauen, so wie ich es verstanden habe. Vollruselig. Ulysses. Ulysses. Was haben wir hier in dieser wunderbaren Truhe? Okay, Finsterbrille, Wanderstiefel, Einwegekamera. Das glaube ich. Noch fünf Minuten. Kannst du die Truhe zumachen? Kannst du die Truhe zumachen? Okay. Was für Musik ist denn, ne? Ich würde auch gerne darüber urteilen. Ich wollte gerade sagen... Jung und frei, einfache Tipps für die Weltreise, bevor man 30 wird. Okay. Das ist so verrückt, wie sie jeder vergessen möchte. Ich weiß, dass die No-Phone-Rolle nicht so etwas war. Wie weird sind diese Sunglasses? Sie sind nicht Sunglasses, Mann. Sie sind nicht Sunglasses, Mann. Sie sind zu sehen, die Sonne. Sie sind... Well... Figuren, Karin war bereits zu suchen. Sie sind nicht Sunglasses, Mann. Sie sind zu sehen, die Sonne. Sie sind zu sehen, die Sonne. Sie schiebt hinter dem Mond. Oh, ja. Das muss so cool sein, zu sehen. Sie hat dir erzählt, warum sie zuerst? Sie hat mir gesagt, warum sie zuerst? Sie hat mir gesagt, und... ...dad hat mir gesagt... ...he hat dir auch gesagt. Alles, was er mir gesagt hat, war, dass sie nicht so sicher war. Hier sind gerade 10 Millionen Tonspuren übereinander. Wahre Worte. Oh, Brief. Neujahrts zu sein? Dann öffnen wir mal diesen Brief. Oh, Bro, das scheint ein wichtiger Brief zu sein. Daniel. Komm schon. Das frage ich mich auch. Lol. Das neue Brief. Okay, das ändert den... Alter, das ändert alles. P.O. Box I use sometimes. What's a P.O. Box? Well. A cop out. In this case. I beg you. Please. Help my sons. Oh, yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. Thank goodness. What happened? Shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Rensacking our house while we're at church? Daniel bestand darauf. Es tut uns leid. Is that all you have to say? Claire, please. Calm down. No, Steven. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to say in here. It's time you learn to respect some rules. Werden wir rausgeschmissen? Mama's brief. Actually, we did find something. Yeah. We found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us. She's not my daughter anymore. Or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me. All of us. She is not welcome back. Es ist acht Jahre her. Gibt uns nicht die Schuld. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that breaking our door to sneak into the room. Well, that shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. So, this is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Yo, what's going to happen? Oh, shit. What? Ah, this is a fucking bag. God damn, bring me off. Steven, no. Hold on, honey. We'll get it off. Yeah, okay. Jetzt muss er seine Fähigkeiten einsetzen. No, stop. No, my legs. Nein. Ja, bro, scheiß drauf. Kreiß, ja, scheiß. Gemeinsam hochheben. Oh, man! Ja, Digga, wir haben eh verschissen, weil wir im Raum drin sind. Let's go. Do it, Daniel. Now. Do what? What's going on? Oh, Lord. What are you doing, Daniel? Oh, mein Baby, Steven. Are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Yeah, it was a miracle. Thank you, Lord. Genau. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung gerade. Oh, oh. Oh, shit. Freunde, das ist ja immer spannender hier. Aber ich würde an der Stelle einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Und, äh, ja, einen guten, guten Cliffhanger hier lassen. Von daher, Freunde, es ist einiges passiert. Holy shit. Keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Aber es würde mich freuen, wenn ihr den Part einen Daumen hoch da lasst. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member. Buzz is the Dark Empire. Cybix Games. Maria Klein-Dampier. Svensemann und Florian. Und natürlich noch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Bis zum nächsten Mal. Euer Umlautmann. Bye, bye. Rrrr.